Hi, mein Name ist Laura Geisbüsch und ich möchte Ihnen heute kurz den Low-Cost-Weltenbummler von Ralf Schmitz vorstellen. Dieses Video soll eine kurze Bewertung meinerseits sein, denn ich persönlich bin wirklich zu 1000% von diesem Produkt überzeugt, denn ich konnte bereits eine Menge Geld durch den Low-Cost-Weltenbummler sparen. Worum geht es in diesem E-Book? Es geht darum, wie Sie extrem günstig Reisen buchen können bzw. wie Sie völlig kostenfrei in den Urlaub fliegen können. Jeder, der bereits eine Reise gebucht hat, weiß, wie teuer es sein kann, wenn man den Flug bucht, wenn man das Hotel bucht, wenn man den Transfer bucht. Meistens kommt am Ende ein richtig großes Sümmchen dabei raus und Ralf Schmitz kann Ihnen zeigen, wie Sie wirklich enorm viel beim Buchen einer Reise sparen können. Ralf selber hat jahrelang in der Reisebranche gearbeitet und kennt also alle notwendigen Tricks und Kniffe, um richtig viel sparen zu können. Und das alles gibt er in seinem Low-Cost-Weltenbummler Preis. Als ich zunächst auf die Seite des Low-Cost-Weltenbummlers gelangt bin, war ich sehr skeptisch, denn ich dachte mir, okay, wie will es dieser Mann schaffen, dass ich wirklich zukünftig kostenfrei in den Urlaub verreise. Da ich allerdings sehr gerne reise, war der Reiz dann doch größer und ich habe mich glücklicherweise für den Low-Cost-Weltenbummler entschieden und habe es nicht bereut. Denn mit dem Low-Cost-Weltenbummler können Sie nicht nur beim Verreisen enorm viel Geld sparen, sondern auch bei ganz vielen anderen Dingen. Ich hatte mir zum Beispiel ein MacBook gekauft und konnte satte 400 Euro durch den Low-Cost-Weltenbummler sparen. Auf der Webseite des Low-Cost-Weltenbummlers können Sie sich zunächst ein Video von Ralf Schmitz selber anschauen und sofort nach dem Kauf erhält man die Log-In-Daten zum Low-Cost-Weltenbummler. Ich zeige Ihnen nun einmal den Log-In. Sie geben einfach den Usernamen, den Sie zugesandt bekommen haben, ein und das Passwort und klicken auf Anmelden. Hier befinden Sie sich auf der Startseite des Low-Cost-Weltenbummlers und nun klicken Sie einfach auf Low-Cost-Weltenbummler und Sie gelangen sofort zu der 15-teiligen Videoserie von Ralf Schmitz. Das Produkt ist wirklich sehr übersichtlich aufgebaut. Sie finden untereinander 15 Videos, in denen Ralf Schmitz erklärt, wie auch Sie zukünftig enorm viel beim Verreisen einsparen können. So, das zum Aufbau vom Low-Cost-Weltenbummler. Wie gesagt, einfach 15 Videos der Reihe nach anschauen und dann können auch Sie kostenfrei in den Urlaub verreisen. Der Low-Cost-Weltenbummler ist wirklich meine ganz glasklare Empfehlung für alle, die gerne verreisen, die gerne dabei Geld einsparen möchten. Und die paar Euros sollte man wirklich investieren, denn es macht sich am Ende wirklich bezahlt. Was ich ganz vergessen habe, ich konnte einen Rabatt mit Ralf Schmitz aushandeln für meine Zuhörer und meine Leser. Und wenn Sie auf den Link unter diesem Video klicken, können Sie beim Kauf des Low-Cost-Weltenbummlers einmalig 20 Euro sparen. Und nun wünsche ich Ihnen eine gute Reise! Und nun wünsche ich Ihnen eine gute Reise!